So, die verteidigen... Ja, also Bastion haben wir schon einmal, dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein Torbjörn wieder. Also wenn ich nicht müsste, wäre ich froh. Ah ja, okay. Ein Torbjörn, ein Soldier. Wir haben zwei Bastions, dann wechsle ich auf Hanso. Ja, und dann noch... Vielleicht kriege ich Hanso hin. Mal gucken. Ich bedenke Han, dass du die Wände hochdrennen kannst, ne? Nicht vergessen. Noch Pharah, wer will. Ich kann die Wände hochdrennen. Ja, du kannst auf Wände zu laufen, dann Leertaste drücken und dann rennst du die Wände hoch. Okay, warum sagt man das jemand erst jetzt? Weiß ich nicht. Okay. Wollen wir mal gucken. Wenn ich wechsle ich nachher eh wieder auf Mei oder was auch immer. Ja. Ja, Mei spielt schon Matthias. Von daher... Okay, dann nicht. Ja. Und der kann ja eh jede Klasse spielen, wie wir gemerkt haben. Von daher... Wie gesagt, ansonsten wechselst du halt wieder auf irgendeinen Tank Winston oder so. Ja, ja klar. Genau. Stehen wir hier rum, wir haben alle Beine. Ich hab verstanden, wir haben alle Beine. Nein, wir haben Arbeit. Wie ist denn das mal ein Spiel? Boah, wer weiß denn das? Wie ist denn das mal ein Spiel? Boah, wer weiß denn das? Wie ist denn das erste Unternehmen, sag ich mal, das mich dazu bekommt einen Shooter zu spielen? Also einen Team-Shooter. Kein anderes Entwicklerstudio hätte das bei mir geschafft, ehrlich gesagt. Ich finde es halt unheimlich gut umgesetzt. Ja. Richtig gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Zwei an zwei. Das ist auch nicht schlecht. Da scheint ein Chakra dabei zu sein. Ja. Ich finde es nur gut, Tobi, dass du hier Ansagen machst. Sonst wenden sie immer hier so verwirrt wie die Hühnerl. Das machen wir hier. Keine Ahnung. Ja, so ein Hauf von Taktik, was? So schlimm sind wir nun auch, ey. Scheiße. Also hört es sich immer an von außen. Wie hat ihr denn vorhin gesagt? Wir brauchen einen Führer. Achtung. Ich zensiere. Ja, passt. Okay, das war knapp. Ich hab mich gerade im Zweikampf-Made angelesen. Ich geh mal ein bisschen weiter zurück. Weil... Ja. The question is from the air. Ja, hab ich. Saura. Ja, die ist gut, die Eiswand jetzt. Das heißt, sie müssen jetzt... Boah, hinter mir, ey. Hier. Fuck. Pass auf, da die Treppe, Treppe. Ja. Ich kann sogar Eiswände hochlaufen. Achtung, Reinhard. Scheiße. Okay, das war jetzt von Junkride richtig... Richtig, richtig fies. Läuft's denn jetzt, Fabi? Kein Leck mehr? Hä? Ach, der ist hinter uns. Der ist jetzt besser. Jetzt hat er mich erwischt. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Einer, da lege ich. Ich hab mich einfach mal an die... von hinten angeschlichen und wieder gemacht. Okay, einem Mythenrohr blau. Genji weg. Alles wunderbar? Ja, super. Komm mal, jetzt geht's. Hanzo ist nix für mich. Ist auch wieder, dass wir... Die Leute brauchst du eigentlich ne richtige Position. Ja. Bam. Da ist Rüstung. 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 Abschauen. Hier ist Rüstung noch, für jemanden, falls er will. Rég明 ist herores. Sascha, ich komm nicht durch die Eishäune, finde ich... Achtung? Aus dem Heutzhäune? NeinăăăăAAAN. Weißt die Eis sind weit vom Internet. Puh, gut. Guck. Junkrat von hinten. Rhein hat manche gerade mit mir ins Zweier-Duell gehen zu müssen und vergessen, dass ich Soldier bin und so nicht etwas schneller laufen kann als Nern. Achtung, da kommt Ultimate. Weg, weg, weg. Hab sie gekillt. Den ich noch nie gespielt habe. Was hat die denn für ein geiles Feature? Ah, das ist die Dumpel, okay. Ich bestätige hier gerade den Rhein. Rhein hat es noch ein bisschen. Kannst du mal schnell einen Heal stellen, das geht. Scheiße. Das war etwas zu mutig. Scheiße. Ja. Ich hab dich. Tias, sehr gut. Du bist der Nagel, ich bin der Hammer. Du bist der Nagel, ich bin der Hammer. Hier gibt's Rüstung. Rüstung, falls jemand möchte. Ach, wie kann ich mich erledigen? Die Übersetzung. Ich liebe den Geruch von Impulsen wie sie untermorgen. Hallo Paul. Hallo Paul. Hallo Paul. Hi Paul. Komm schon weiter, nur noch ein bisschen. Schaffen das noch. Ja, trotzdem, das schaffen wir jetzt noch. Die kommen da jetzt nicht durch. Achtung, IceMade. Scheiße. Kam halt genau zu falschem Moment, IceMade. Ich hab sie zu spät gesehen und muss die Acht verknallen. Ich hasse dieses IceMade. Ich bin ernsthaft. Vor allem, dass es auch noch gleich so viel Schaden machen muss, ne? Ey, jetzt kommt der wilde Reinhard, ne? So, jetzt, ähm, ja, jetzt ist es dann doch nochmal härter. Ich dachte, wir hätten es so geschafft. Kriegen halt gleich drei Minuten draufgeladen. Mhm. Sehr rum, ja. Ich hab ihn auf mein Krieg. Okay, die haben auch ne Vido jetzt mit dabei. Du musst das einfach tun. Oh. Meine Voltie ist gleich ready. Hey Vido, von hinten erledigt. Ja, Kero. Gut, Matthias zurück jetzt auf die Straße. Ja. Sehr gut. Ich denke mal, sie kommen jetzt von... Ich denke mal, sie kommen von hier. Stell mal die Eiswand, ähm... Ja. Hier hin. Sogar ja die Zentrale. Kero, 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 Kero. Die Lifesaber. Jetzt finde ich die englische Wilde echt ziemlich gut. Was? Wer hat mich jetzt... Irgendwo ist einer rechts oben. Boah, scheiße. Boah, die Widow. Alter, wo war die... Die hat mich direkt von das... ...gekillt. Nee, die ist unten rechts gewesen. Sascha streamt heute. Genau, Sascha streamt heute. Sascha streamt, ja. Ich kann nicht mehr. Okay. Can't touch this. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oh, ich habe... Ich habe... Eine Minute... Das schaffen. Noch 60 Sekunden Okay, das könnte ein Problem sein, ne? Ich hab's gewusst. Scheiße, wir werden's verlieren Verlieren nicht unbedingt, aber... Sind nur 3 weg Ja, 3 von uns Nee, auch 3 vom Gegner Okay Achtung hinter uns, Matthias Äh, egal Ich bin gerade mal umgekehrt Ja, das wird jetzt... Ja, ist ja da Okay, jetzt müssen wir bis zum Ende durchhalten Der erste richtige Gegner Yeah! Boah, wie süß, sehr geil Schon wieder, leck mich am Abend Mega, 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 ich komm hier nicht aufs Klo Fünfte Spiel in Folge Wettel, dass das der war, wo die Ulti da bei uns reingeknallt hast Ja, das war's Ja, natürlich Das war so klar Bam Aber das musst du auch erstmal können, das Ding loslassen und dann irgendwann so Wann zünde ich, wann zünde ich, war schon Ja, klar 16, geil Sehr schön Ewisch Ewisch You are epic So 5 Spiele in Folge gewonnen Wahnsinn Du müsstest ein Achievement oder sowas vergeben Das ist wie bei WoW, wenn du PvP machst, 10 Arena Games in Folge gewonnen oder so Ja, vielleicht kommt der noch, man weiß ja nicht, vielleicht gewinnen wir ja 10 Und dann gibst du jeden 20 Lootboxes für 40 Euro Ich hab die Lootboxes glaube ich ja schon ein paar Mal nicht aufgemacht Oh, die Karte hatte ich heute noch gar nicht Uuuuh, die ist aber auch nicht friedlich Lijiang, naja Ja, aber die ist zum Attacken eigentlich ziemlich gut, weil es extrem schnell geht Die hatte ich immer nur, wenn Wartezeit war, für andere Spieler Also einen Reinhard brauchen wir auf jeden Fall Angriff Ähm, Tracer ist auch gut und jetzt nehmen wir noch Perfekt Oh Ja, das passt Ein Winston Jawohl, und der Ape Ja, diese Kuppel ist Hammer, die ist richtig gut Ja, wenn du sie rechtzeitig einsetzen kannst, dann ja Ja Ich bin zwar so ein bisschen relativ einseitig gestrickt, ich kann aber irgendwie nur so mit Schon Ich bin auch nur Mercy, aber dafür kann man gleichzeit erfahren Ja Ich versuch mich mal überall eigentlich, aber wie gesagt Reinhard und Bastion und ja Ja, Reinhard sag ich schon, Winston und Bastion sind meine Liebsten Wobei du das mit der, hier, die May hast du gut gespielt, diese Frosty Ja gut, da war die Map dafür da, also da war die Map recht einfach Ja gut, das ist ja immer so Ähm, Diobion in Hanamura, im zweiten Bereich, mach ich auch nochmal Genau, wir können nie So, jetzt einfach direkt durchchargen Mit dem Reinhard, einfach drauf auf die Plattform Ah, fuck War der Reaper, oder? Ah, McCree War der Reaper, oder? McCree war Mafia Okay, haben wir jetzt diesen Gegner waren, oder? Kommt vielleicht auch noch aufs Klo heute Kommt vielleicht mal Haha Ist schon schön nach 10, ey Krass wie die Zeit vergeht Ich hab sie nicht mehr rechtzeitig in Rot gekriegt, krass Das Spiel kann aber, glaub ich, echt süchtig machen Ja, das ist so Wenn am Angriffsziel, sammeln an meiner Position Ah, jetzt kommt der wieder, mein Gott der Reinhard, ey Äh? Ich bin doch der... Ich bin doch der Reinhard Jaja, aber irgendwie... Von der anderen Seite kam auch irgendwas Gekillt hat mich wieder der McCree Ähm... Hier... Mitten bleibt bitte hier auf der Plattform, oder? Ja Zum wenigstens haben wir die Plattform schon Abzug-Stand Das nächste Mal sollte ich die Kuppel auf der Plattform Achtung, der Junkrate wieder NEIN Junkrate ist weg Junkrate ist weg Der hat mich ziemlich... Meine Ulti ist ready Schon wieder erwischt Mein Gott, ey Ich sterb hier ein Tod nach dem anderen Ich bin sofort wieder da Ja, ich merk's Scheiße Ja Ja Contestant... Jaja, aber geht noch Einfach schnell wieder rein Aufgeräumt Wenn wir jetzt noch mal scheiße sitzen Bastian Ja Genau Der hat gerade... den Weg gebracht Gegen zum Pairn? Der hat sich einfach weil... Wie kann mich jemand killen, wenn ich meine Kuppel aufhabe? Mit Gegen zum Pairn reinpärzen Ja, der Reifen war's Der fucking Reifen Der fucking Reifen Oh no... Okay, doch keine Sorge Okay, ist der deutsche Ulti? Achtung! Das passiert mir nicht nochmal War wohl nix mit der Ulti, ja? Wuuuuii Zack, du Blitz-Sphinx Ja Ihnen Leute, kein davon, direkt sie zurück Jaaaaah Schon wieder kill Aber danke fürs Wiederbeleben Jaa Oh, der hat mich schon wieder umgebracht Die LFM Soldier Jaa Ey, der Affe geht doch nicht Aber ja, wir... Jaa Ziemiprozentzahl Der Affe bin ich Nee, der andere Affe Alles voll Affen hier Ja Juhuuu Ui Puh Das wird langsam langweilig Kommt der noch mal runter Naja, das war ja schon ein bisschen spannender Also komm Ja, ja, ist klar Auf jeden Fall Deine Mutter Deine Mutter Deine Mutter Deine Mutter Deine Mutter Oh, ist so schön Juhuuu Oh, da spielen wir einen noch zu Ende und dann noch eins und dann ist es aber finito für mich heute Die Arbeit ruf morgen Wie bei jedem, ne? Nee Das ist so schön Dann nehmen wir DUR rein, wenn er kommt Nee, für mich sind auf jeden Fall auf Ende Okay Einfach Ich bin der ganze rein, wieso waren sie so schnell da? Ja Ist er schon halb elf? Oho Oho Einfach schnell durch jetzt Äh, lol Ähm, lol Bin auf dem Punkt, aber irgendwie Aber irgendwie I'm... I was killed by two MAAA Oh nein Das waren zu viele Ja, das ist richtig Er war auf dem Punkt Auf dem Punkt, genau Gut durch. Okay. Cool, war ich genau. Treffer weiter jetzt. Durch. Ah, da hat er seine. Nein! Ja, würde ich gerne, wenn ich den hätte. Okay. Jetzt so. Ich bin gestorben. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Das assig. Also auf der Map blieb ich ja in Clusio. Die Gegner einfach unten in den Abgrund stoßen. Ach, da kommt ein Ultimate. Nein, ich sag's auch noch. Genau von der Seite. Du hast genau gesagt, wo es kam. Ja, aber du hörst ja nur, aber du weißt ja nicht schon wo. Ja, ja. Boah. Trotzdem nice. Jetzt schnell defend. Aber die haben schon... Ja. Es waren vier Leute, die... Jetzt das konnte ich nicht machen. Ich bin sofort wieder da. Oh, der Winston von denen, der ist gut. Schnauze. Schnauze, Dad. Das hat gerade mega gesheppert. Bei mir. Okay, ich pass nicht. Ich bin sofort wieder da. Scheiße. Einen Kill hatte ich noch. Eieiei. Danke. Ja. Hahaha, du blöder Wind. Nein. Achtung, Ultimate. Okay, passt. Jetzt zurück jetzt. Scheiße. Jetzt hat er mich noch richtig sau. Dann kam das Ultimate noch mal. Ich hab mich schon gewundert, wo die Ulti bleibt und dann irgendwann kam sie dann doch noch. Ja, ja. Das ist richtig. Das hab ich auch gedacht. Oh, ist alles hier gut? Aber... Ey, wir hatten es gerade so schön, ne? Ja. Ja, das kriegen wir gleich hin. Aber endlich ist es mal spannend. Schnauze zurückholen. Ja. Let us fight the best. Ja, das ist der Winston. Oh, jetzt wird die Ulti machen wollen. Leck mich doch am Arsch. Ah, die haben doch gesessen. Eieieiei. Ja, Bastion ist scheiße. Scheiße. Noch einmal stürm ich. Noch einmal. 98, 99 für einen. Ja, Bastion. Hey, wir haben verloren, oder? Ja, alleine wäre ich da. Jetzt wäre ich da drüber gegangen. Ja, gibt noch eine dritte Runde. Die erste hatten wir ja gewonnen. Ja. Wir sind im Discord, aber bei jemand anders. Wir sind im Discord von JustNetGov drin. Hey, Ken kannst du später. So, Angriff. Tja. Ja. Aber auch erst seit, keine Ahnung, zwei Stunden oder so. Wie war er gespeichert? Circa, ja. Ihr dürft das jetzt nicht verlieren. Nein. Das wäre das sechste Spiel in Folge. Du musst dazu sagen, Tobi. Genau, wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen und das hier ist gerade mal ausgeglichen. Ja. So, jetzt so schnell wie möglich auf die Plattform und vor allem die Seiten dann abdecken. Ja, perfekt. Komm, hier kommen sie schon? Ja, dafür sind sie schon. I got him. Scheiße. Komm, auf. Ich bring gleich wieder da. Läuft. Also, im Besten schon da draußen. Mhm. Hab ich. Ach, der Ultimate. Und Scooten. Läuft. Halt zu Leif. Halt zu Leif. Oh. Das ist nicht vor. Läuft. Halt zu Leif. Halt zu Leif. Halt zu Leif. Jede Menge Ultimates gerade. Nein, der Winston! Ah, shit. Die haben vier Ultimates gerade gezündet. Ja, die haben halt alle gewartet und haben gerade vier jetzt. Ich glaube, die sind auch im Voice oder so. Ist von euch noch jemand vorne gerade? Nee, oder? Also, ich hätte wohl gleich noch einen Spieler. Ich kann nicht mal Bescheid geben. Okay. Ich pack den gleich mal. Oh, das sieht gut aus für die anderen. Boah, fuck! Ja, klar, natürlich. Chakka töten und über seine Leiche laufen, ist keine gute Idee. Ja. Oh, ich hab hier gerade mal einen Punkt hier. Oh, der Winston, der macht mich ja nicht ganz schön. Ich weiß nicht, wie viel ich gekillt habe, aber mindestens zwei. Warum haben wir den Punkt noch nicht gern? Sehr gut gemacht. Bin sofort wieder da. Killed. Der Winston geht mir am Sack, der macht genau das gleiche, was ich mache. Aber der ist gut von denen. Jetzt ist er tot. Drei Rits? Killed. Boah. Leute, 85 kam er schon. Oh, fuck. Ja, aber die ziehen gleich ihr Ultimates. Ja, alles. Alles. Die haben alle Ultimates bekommen. Fuck, fuck, fuck. Erst kam Bastian und dann kommt Hanzo. Und da kommt noch ne Ultimates, ja. Ich hab alle anderen überlebt mit dem scheiß Ratnick. Ja, genau. Ich genauso. Ich konnte von Hanzo da, die konnte ich ausweichen. 99% Leute. Ja, kommt. Zurückerobern und haben wir's. Ja. Einfach reinchargen jetzt, mitten. Ja, hab ich versucht, bin sofort gestillt worden. Danke. Kill. Alter Schwede, ey. Ich hab grad so die Runde, ich schwör's, ey. Yay, jetzt. Eins. Zwo. Drei. Come on. Wow. Wow. Sechs. Sechs. Super geiles Game. Das war mal ein geiles Game. Oh. Da war's spannend drin. Das ist jetzt Zip, der Sieg in Folge. Verfickt nochmal. Sechs. Das war so klar, ey. Pass auf, ey. Das ist so krass. Ah, na, tu. Warte. Achtung, das ist so geil. Boom. Boom. Warte, warte. Wow. Seh ich irgendwie. Ich krieg gar nicht mit, dass du da bist. Direkt Raketentreffer. 40. Alter Schöne. Man. MVP? Was heißt das denn bitteschön? Was? MVP? Most Valuable Player. Ja. Sechs. Fünfzig Prozent der Matchzeit. Brandgefährlich. Ich hab auch bei 43. Ich hab über 10.000 Heal gemacht. Ey, Jesus. Ich hab 20 Kills. 10.000 Heal. Und Stufe 6. Und meine dritte oder vierte. Also die Auszeichnung hab ich echt noch nie bekommen. Ja. Most Valuable Player. Das heißt, du warst der... Ich hab 30 Defensive Assists. Jesus Christ. Was für ein Game, ey. Oh. Lootbox öffnen. Lootbox öffnen. Lootbox öffnen. Lootbox öffnen. Ich will noch eins spielen. Ja, ja. Ich auch. Oh. Legendär. Nice. What I got is epic. Soldier. Knight Ops 76. Cool. Lass uns noch einen öffnen. Nein! Den Skin muss ich gleich mal ausprobieren. Gibraltar. Wir schauen ständig Leute zu. Euch auch? Keine Ahnung, ja. Möglich. Wie geht denn das überhaupt? Das hab ich mich auch schon gefragt. Wenn du in einer Übersicht bist von den mit zuletzt gespielten Leuten, dann kannst du direkt anklicken und dann... Achso. Okay. Das ist ja geil. Vielleicht noch mal kurz meinen Skin noch. Und wo siehst du das? Wir brauchen jetzt mal Reinhard und bitte noch einen Soldier weniger. Jaja, ich mach gleich Reinhard. Ich will mir noch mal kurz den neuen Skin angucken. Okay. Wo siehst du, dass die Leute zugucken? Ähm, da steht links im Chat, wo auch dran steht, ähm, Gigi, ich muss teufel was. Da steht bei mir jetzt dran zum Beispiel, Sebi schaut jetzt zu. Okay. Ich beschütze die Unten. Aber der steht bei mir auch. Jesu, Jesu, guck mal hier. Ja. So, jetzt brauchen wir... Ja. Aber dieser Sebi hat auch bei Hesi im Stream zugeguckt. Ja, wahrscheinlich guckt er dann generell unsere Gruppe zu. Ich habe immer davon geträumt, hier stationiert zu sein. Oh, ach, das ist der da. Okay, alles klar. Hallo. 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 Durok, wir haben jetzt noch kein Spiel verloren. Sieben Spiele in Folge gewonnen. Sehr gut. Das ist der Hammer. Das Spiel macht so Bock, wenn man mal eine eingespielte Gruppe hat. Das macht so viel Spaß. Ja, aber Durok ist auch cool. Nursey, Reinhard, Reaper... Da steckt noch vor dem Namen. Den vor der Tür. Der ist Durok, der Durok. Ja, Mythen, ich glaube, du wirst da... Naja, ich versuch dich zu heilen, aber... Versuch einfach mal durch zu chargen oder so. Du wirst immer nicht so lange für dich heilen. LOL. Ja, ich hab schon einen geerwischt. Ja, genau. Genau deswegen. Sehr gut. Du wirst ja was zu kurz da unten. Sehr gut. Hä, wo sind die denn alle? Und die jetzt direkt zum Payload. Direkt zum Payload. So... Hier, weiter. Ja. Wo sind die? Ja, jetzt hab ich da. Die anderen müssen zurück... äh... müssen hinterher kommen. Der andere Idiot. Jetzt einfach mal hier das Thema pushen lassen wir. Genau, jetzt haben wir schon mal den ersten... Ach, hinter uns das letzten. Ah, dem Reinhard wollte ich's zeigen, aber... Ja. Gerade etwas zu tarn. Das hab ich auch versucht. Geh hier noch, hab ich um die Kraft. Okay. Machen wir gleich nochmal. Hinter uns. Gut. Ach, hier ist halt schon durch den Tunnel durch. Ja! Ja, wir haben jetzt richtig gepusht hier. Ja. Reinhard gegen Reinhard. Der mit dem Hammer gegen den... Sehr, 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 sehr gut. Einfach weiter. Ja. Da vorne ist ein Bastion. Okay. Ja, das war abzusehen. Das ist... Aber macht nix. Ja. Hihihihihi. Gut gemacht. Ich hab nen Victory Point gehabt. Warum auch immer. Achtung von links. Oben ist nix Cara. Bin sofort wieder da. Ja. Ja. Gut, Ferrari mit dem Plan. Gut, Ferrari mit dem Plan. Ja, äh... Schlumpf-Fight statt. Schlumpf-Fight. Sch-Lumpf-Fight. Shit, vor allen Dingen! Achtung! Tegener werden wiederbelegten. Es kommen gleich ein paar Ultimates. Okay. Gut. Es sei denn Reinhard vergönnt, aber ich hab ihm seine Liner weggeknallt da hinten. Mach's seine Liner! Geiler Retz. Ja, ich mach's halt wenn... Wenn's Freddy hier ist... und das ist meistens ready, weil ich bin zwei, ne? Repo, links Ne, stehen zu viert bei oben links Ok, das war jetzt der Bestium von hinten Ich habe die Wacht Vorne steht der Bestium, mein Schild ist da Weil die Tür gerade aufgegangen ist, hab ich eigentlich mitbekommen und dann, ja, wieder einmal reingefuert Ich hab acht Minuten Zeit fürs letzte Ja, wir haben gut Er hat mich gleich, zwei Stück hier Jetzt bin ich getäubt Ja, ich weiß aber, ist was so los Ja Ey, hätte ich den Move nach oben geschafft, dann hätte ich die Alimina gemacht Aber an Nein, da hat mich der Reiner erwischt Aber an Nein, da hat mich der Reiner erwischt Boah, irgendwie ist der Spin Card extrem hoch bei mir Wir sind gleich schon durch Läuft doch wieder Wir haben noch sieben Minuten Was, du willst ein anderes Team? Wir haben noch sieben Minuten Anderes Team, ja Schon wieder gekillt F*** euch Ja, das war jetzt Bestium, guck, der hat da Das ist jetzt hundertprozentig Play of the game Der hat einfach mal komplett alle weggebracht Ja Geil, ist bei mir los Du, hast noch Lust nachher mitzumachen? Einfach anchargen Oder durchschaden Ich schach dann auch gleich, Baby, wenn ich was weiß Ja, aber nachher gehen ja ein paar Ja Boah Das ist jetzt blöd, okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen Ach, scheiße Nein Ja, das war so Kommen sie von überall Ich hab direkt ein... welchen Mass Threads ready, vielleicht Schön von oben wie oben gekündet Ja Lass die Blei fressen und bewegt die Fracht Lass die Blei fressen und bewegt die Fracht Ja Charge jetzt Jetzt Charge Nee, das ist... Bei mir gehts grad nicht, mein Ping steigt ins Unermessliche, ich weiß nicht wo 800, 900, 1000 Ach, ein Ultimate Jetzt ziehen die zwei Ultimates gleichzeitig Zwei jetzt von Pharah und von Junkratz, also Ja, aber es soll nicht mehr viel Zeit haben, ne? Hey, Double Fill Macht mal jemand den... GG! Yay, schon wieder gewonnen Das ist ja grausam, das Achte in Folge Nice Highlight des Spiels Yeah Ja, die Pharah war schon Ich glaub, der war krass, oder? Die kann er, die kann er spielen mit dem Team Eins, zwei, drei Ja gut, die bewegen sich aber auch nicht, die kriegen gar nicht mit, dass da einer hinter ihnen ist Und Jesu ihn wieder, und Mythe, hei, hei, hei Ewisch Achja Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Juhu Apple Oh, ich hab ein Elimination, hab ich gar nicht bekommen Ich hab acht Nicht viel für Winston, aber im Ende So, ich sag vielen, vielen Dank für den netten Abend, ja Jo, das ist gut, Sascha Ja Das heißt, raus und dann Durog noch mit einladen, oder wie kannst du das jetzt am besten tun? Ich frag mal sie, ob der mit will Weil ich glaub, es gehen zwei Leute, oder? Gute Nacht Und danke für sie Jo, tschüss Also, ich würde dann auch jetzt die Chance nutzen Vielen Dank fürs zukommen, lieber Stream Und sage bis morgen Tschüss